Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge COM Dino Hunter. Ich habe gerade schon eine Runde gespielt. Ja, aber es war nur ein Level. Tut mir leid, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu klicken, aber egal. So, ab sofort geht es weiter. Ich habe nur Titel, Schölker, GotSkills, Black Knight, gut. Dann spielen wir mal weiter bei der Story. Die Runde, die ich gerade gespielt habe, war nicht Story, sondern Koop. Was soll ich dieses Mal tun? Was soll ich denn bei der Story beschützen? Vielen Dank. Vielen Dank. Versuchen wir es nochmal. Wow, aber darin war schon ein bisschen seltsam, denn ich wusste nicht, was ich tun soll. So, start. So, beginnen wir mal. So, okay. So, fertig. So, easy. easy coin oh verdammt zack oh mist muni muni tion verla kom schon man kom wo ich schütze die gemein hier ja also ich bin das ist eines der coolsten Spiele ever. Es hat zwar nicht die beste Grafik und so. Ja, das war auch da, wenn es nicht Zeichentrick wäre. Aber es ist richtig, richtig lustig. Der muss in, so. Gut. Zack. 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 Komm her du, kom her, los. Zeig, was du kannst. So. Zack, zack, zack. Oh, von hinten. So. Nichts von hinten anschleichen, ne? Was kommt denn da für Haufen Müll? Wow. Die kommen ja schäure. Die sind voll cool. Und hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Juhu, das war's. Wow, wir sind schon fast Level 4. Ja. Ach ja, wollte auch, dass ich Co-Op-Let's-Player, also Multiplayer. Hier. Okay, wir müssen wieder in Boss-Kell. Toll. ein Triceratop ohne mir. Level 8? Natürlich, warum bist du nicht instantiert? Ich bin Schloss. Aber auch. Wir machen. Ja, creativity. Ich bin glück. Ja. Gut. Brauch doch. Boah. Bin tot? Nein. Komm, ich schaff das noch in dieser Folge. Ach, Mann. So. Gut. Ich schaff das. Ich muss mir jetzt einprägen in meinen Kopf. Ich schaff das. Ich schaff das. So ist er. Da. Ich schaff das. 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 Komm schon. Mann, was habe ich dir denn getan, ey? Okay. Dann sage ich mal, es gibt's auch für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, tschö. Bis zum nächsten Mal. Ciao.